Erste Übung ist die Kniebeuge, dafür stellst du dich hüftbreit und gehst immer ganz tief und bringst die Arme immer wieder erneut nach vorne und los geht's. Wir gehen tief und bringen die Arme immer wieder nach vorne. Gleichmäßig weiter Atmung dabei, noch drei Stück, noch zwei, noch einer. Beine ausschütteln und wir machen direkt weiter mit der Liegestütze. Dafür gehst du runter in die Knie, stütz dich auf den Knien ab, überkreuz die Beine und gehst hier tief und drückst wieder raus. Tief gehen und rausdrücken. Beim rausdrücken schauen, dass du ausatmest. Ok, noch dreimal, noch zweimal und noch einmal. Ok. Kurz aufstehen, Beine ausschütteln, locker machen, kurz durchatmen. Und wir gehen in die zweite Runde, hüftbreit stehen und wir gehen wieder tief und bringen die Arme immer wieder erneut nach vorne. Ok, sehr gut. Und noch drei Stück, noch zwei, noch einer. Ok, Beine ausschütteln. Durchatmen und wir gehen wieder runter in die Knie, stützen uns auf den Knien ab, hinten die Beine überkreuz und wir gehen wieder tief und drücken raus. Aus und raus. Ok, nicht zu schnell absenken. Noch drei Stück, eins, zwei und drei. Ok, ganz stark. Aufstehen, aufrichten, Beine ausschütteln und wir machen jetzt eine Zwischenübung. Wir tippeln auf der Stelle und boxen dabei nach vorne. Sehr gut, bleib dabei. Und wir machen das Ganze jetzt mal eine Minute lang. Und so schnell und so viel wie du kannst. Ok, und vier, drei, zwei, eins und komm. Richtig Gas geben hierbei. Auf der Stelle zippeln und nach vorne boxen. Sehr gut, bleib dabei. Halte das Tempo hoch. Sehr gut, die Hälfte der Zeit hast du schon. Komm, bleib dabei. Gleichzeitig weiteratmen. Noch 20 Sekunden. Komm. Und die letzten 10 Sekunden. Halte das Tempo hoch. Ok, noch vier, drei, zwei, eins. Und nochmal. Atme durch. Schüttel deine Beine aus. Ok, tief durchatmen. Und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Übung. Und zwar machen wir jetzt den Ausfallschritt. Nach vorne. Und stoßen und zurück dabei. Ausfallschritt nach vorne und zurückstoßen. Du kannst auch hier die Hände in die Hüfte machen und los geht's. Nach vorne und Oberkörper. Bleib hier gerade. Und immer wieder abstoßen. Ausfallschritt nach vorne. Jawohl. Und komm. Noch drei Stück. Eins. Zwei. Und drei. Okay. Ausschütteln. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Übung. Hier wieder auf die Knie. Hinten überkreuzen. Und wir tippeln jetzt abwechselnd an unsere Schulter. Und auch hier gleichmäßig weiteratmen. Sehr gut. Spannend auf den Bauch halten, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Fällst. Okay. Komm. Noch drei Mal. Eins. Zwei. Und drei. Okay. Und wir richten uns wieder auf. Schütteln die Beine aus. Atmen durch. Und dann geht es gleich weiter mit der gleichen Übung nochmal. Ausfallschritt nach vorne. Abstoßen. Nach vorne. Abstoßen. Oberkörper bleibt gerade. Sehr gut. Okay. Bleibt dabei. Wir machen noch fünf Stück. Noch vier. Noch drei. Und noch zwei. Und komm. Einer noch. Bauch. Schütteln die Beine wieder aus. Atmen durch. Wir gehen wieder runter. In die Knie. Hinten überkreuz. Und berühren dich abwechselnd wieder unsere Schultern. Nur kurz berühren. Und dann wieder abstützen. Sehr gut. Ganz wichtig. Immer gleichmäßig weiter atmen. Ganz wichtig. Immer gleichmäßig weiter atmen. Schütteln. Schütteln auch hier wieder die Beine aus. Und wir machen nochmal die Übung von vorne. Auf der Stelle tippeln. Nach vorne boxen. Und das Ganze eine Minute lang. Und komm. Los geht's. Tempo hochhalten. Sehr gut. Bleib dabei. Immer schön weiter tippeln. Nur auf dem Fockfuß tippeln. Nie mit dem kompletten Fuß auftreten, nur auf dem Korbfuß. Und wir boxen weiter. Okay, die letzten 10 Sekunden. Komm, wir halten das Tempo hoch. Hochhalten. Noch 4 Sekunden. Noch 3, noch 2, noch 1. Sehr gut. Schüttel deine Beine wieder aus. Atme tief ein und wieder aus. Sauerstoff tanken. Okay, ganz stark. Durchatmen. Wir machen jetzt nochmal alle 4 Kraftübungen hintereinander. Erste Übung noch halb und beugen. Kniebeuge. Stell dich hübsch breit. Arme gehen immer wieder nach vorne. Und los geht's. Tief gehen. Und wieder auf. Arme gehen immer wieder nach vorne. Und bei der Aufrichtung gehen die Arme wieder nach unten. Okay, ganz stark. Du hast es gleich geschafft. Noch 3 mal. 1, 2 und 3. Okay, schüttel deine Beine wieder aus. Atme durch. Und wir gehen runter in die Liegestützposition. Und komm. Nochmal. Zehn Liegestütze. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay. Und wir richten uns nochmal auf. Schütteln nochmal die Beine raus. Atme durch. Und Hände in die Hüfte. Ein Bein nach vorne. Abstoßen. Oberkörper bleibt gerade. Jawohl, sehr gut. Ganz stark. Die letzte Minute läuft schon. Und noch 3. Noch 2. Noch 1. Okay. Sehr gut. Durchatmen. Und nochmal runter gehen. Auf die Knie. Hinten überkreuz. Und wir tippen nochmal rechts. Und links. Und komm. Die letzten Sekunden. Jawohl. Und komm. Immer schön berühren. Okay. Die letzten 5 Sekunden laufen. Noch 4. Noch 3. Und noch 2. Noch 1. Okay. Super. Ganz stark. Du hast das Workout geschafft. Schütteln deine Beine nochmal aus. Die Arme ausschütteln. Atme tief durch. Und wir sehen uns im nächsten Workout. weiter. Where does the League of Snatch in there? Call us for the Euros fiel? Let's go. ously. We have a new episode on our channel, We'll be right back, guys, We're going to go. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020